Hallo Phonies, wir sind heute da, um euch ein neues Video zu bescheren und bla 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 bla. Sag mal was! Sag mal was! Sind wir drauf? Können wir drehen? Leucht! Okay. Sag mal was! Sag mal was! Hallo! Test, Test, Test! Heute erzählen wir euch was über einen ganz verrückten Mann, der auf viele Filme gedreht hat und deswegen sehr stolz ist. Und wir sind stolz auf ihn. Und seine Mutter ist sicher aufsteigend. Na, ist laufend, okay? Dann komm gleich. Ja, er kommt gleich wieder. Ich muss kurz meine Haare verschlafen. T-Line. Ja, okay. Denk ja einfach was Trauriges. An dich. Das sieht man. Machen wir eine Aufnahme. Machen wir eine Aufnahme. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Also, Herr Wagner, wie gefällt dir bisher der erste Drehtag hier bei Big White Telefon? Ja, also das Catering ist nicht so gut. Das liegt vor allem an Kim. Ja. Der sagt immer, nee, ihr wollt eine Wurst. Ich war gerade auf dem Klo, da kriegt er die Wurst. Und die Nuten sind eigentlich auch recht billig. Ja, vor allem, die sind schon durchgenudelt. Ja. Erwärmlich. Es ist halt immer blöd, wenn man ein großes Auto hat und eine kleine Garage. Ja, ja, dann lassen wir es rein drüber. Und... ...ein rollender Stein setzt kein Moos an. Mhm. Und ähm... Rosch auf dem Dach. Was war ich denn? Hahaha. 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 Ich bin dröser. Hahaha. Hahaha. Und das war's, oder? Nee, du musst weiter machen. Okay, hallo Phonies. Heute sind wir da, um euch ein Video zu bringen. Hahaha. 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 Und ja, unser Kameramann hat sich gerade die Eier getrault. Das finde ich... Das stimmt gar nicht. Das ist ein Scheißdreck. Die Unmengen an Alkohol, die wir in uns hineingeschüttet haben. Ja, Wahnsinn. Mensch, das ist gar nicht traurig. Ja, jetzt hast du verkackt. Ja, du hast verkackt. Jawohl. Am Schluss, am Schluss, oder? Also, ich sag mal das Stichwort Scheißdreck. Und dann probieren wir mal, ob da jemand aus dem Schrank kommt und sich gegebenenfalls aus dem Logos irgendwas rausholt. Das werden wir mal rausfinden. Und ähm... Aber wir bemerken's ja gar nicht eigentlich, oder? Ja. 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 Hahaha. Hallo Phonies. Meine Sonnenbrille ist nicht schief. Ihr seid besoffen und eure Visualität ist krumm. Prost! Das Making-of unseres geilen Videos präsentiert von uns im Team. Prost von uns! Ja. Es ist so hart, Bogen. Verdammt hart! Ja. Ja. Es sieht immer so einfach aus! Ja. 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 Ja... Heute mal einige Fakten, die wir, der Telefon, über den Herrscher von Russland, Vladimir Putin, zu verkünden haben. Denn Vladimir Putin, der reitet gern auf Bären, der trinkt gern Alkohol, der solft gern einiges anderes und der macht sich einen Wohl. Hey, 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 hey. Und jetzt noch Prost. Und jetzt noch Prost. Und ich. Vielen Dank. Bloody, 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 oh. Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt hast du mich zusammenlekt.